Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Adventskalendertür Nummer 22 des Adventskalenders 2023. Bevor das Video startet, bitte ich euch diesen Kanal hier zu abonnieren, also bitte drückt auf den Abo-Button, drückt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und jetzt geht es weiter zum eigentlichen Video. Ja, ich wollte euch heute mal zu einem Vlog begrüßen, also herzlich willkommen zu einem Vlog. Ja, was ist so in der letzten Zeit passiert? Nun, am Mittwoch hat sich mein Handy verabschiedet und ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mir ein neues kaufen muss oder ob ich heute noch eins bekomme. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was so heute passiert und ja, das zum einen. Zum anderen, ja, ist natürlich das Wetter gestern in der Nacht hammermäßig krass gewesen hier, also es hat geregnet, es hat gehagelt, es hat gestürmt. Alles mögliche war dabei, Gewitter war dabei, es war echt unglaublich, was hier abgegangen war vom Wetter her und ja, das war wirklich ein krasses Erlebnis. Und ja, was ist sonst noch so passiert? Eigentlich recht wenig. Ich hoffe, ihr habt natürlich die Videos, die ich gemacht habe, zum Adventskalender gesehen. Ich hoffe, euch gefallen diese Videos und ja, ich hoffe zu guter Letzt, dass es euch gut geht. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und ich hoffe, ihr freut euch schon auf Weihnachten und ich hoffe, ja, es wird eine schöne Weihnacht für euch. Ja, das war es quasi schon. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Video wieder. Ciao. Ciao.